Hey, wie schön, dass Du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei Deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soulpower. Mein Name ist Sarah Desai und ich freue mich sehr darauf, die nächsten Minuten hier gemeinsam mit Dir verbringen zu dürfen und darüber zu sprechen, wie wir unser Leben in die Hand nehmen können, ungeachtet der Umstände. Wie wir in unsere Kraft und in unser Vertrauen kommen können. Die Kraft, die Dich spüren lässt, hey, das ist mein Leben und ich sitze hier hinter dem Steuer auf dem Pfarrersitz. Und ja, es gibt Lebensereignisse, die uns auf einmal das Gefühl geben, eben nicht mehr hinter dem Steuer zu sitzen, sondern plötzlich auf dem Beifahrersitz zu sitzen oder auf der Rückbank zu sitzen. Wir haben dann das Gefühl, dass wir keinen Einfluss mehr auf unser Leben haben. Und das können Ereignisse und Situationen sein, wie zum Beispiel Corona, Verlust des Jobs, soziale Ungerechtigkeit und ja, vieles, vieles mehr. Und genau in diesen Situationen, in denen wir das Gefühl dann haben, hey, ich sitze nur noch auf dem Beifahrersitz, in diesen Situationen und Momenten ist es ganz wichtig, vom Beifahrersitz wieder auf den Fahrersitz rüber zu rutschen und die Hände ans Lenkrad zu legen und uns daran zu erinnern, ich fahre durch dieses Leben. Und das ist mein Geburtsrecht. Das ist mein Leben. Ich habe eine Sache, die es gibt, die renne ich von Anfang bis Ende und zwar mein Leben. Und die große Frage ist jetzt, hey, ja, schöne Floskel, Sarah, aber wie komme ich denn jetzt wieder auf den Fahrersitz? Und die Antwort, die lautet Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit hilft uns dabei, wieder auf den Fahrersitz rüber zu rutschen. Und was genau ist denn jetzt diese Selbstwirksamkeit? Der Begriff an sich wurde definiert von einem kanadischen Psychologen namens Albert Bandura und er beschreibt mit dem Begriff Selbstwirksamkeit eine ganz besondere psychische Fähigkeit, nämlich die, dass du dir sicher bist, also deine Gewissheit, dass du neue Anforderungen oder schwierige Aufgaben souverän meistern wirst. Und diese Fähigkeit, dass du eben an dich glaubst, beruht auf deinen bereits gemachten Erfahrungen. Also darauf, dass du in deinem Leben schon oft neue und herausfordernde Situationen souverän bewältigt hast. Und jedes Mal, wenn du wieder eine neue Anforderung meisterst, dann verstärkst du damit deine Selbstwirksamkeit und wirst dir wieder ein bisschen sicherer, also deiner selbst. Wer also eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung hat, oder anders gesagt, wer einfach an sich selbst glaubt, der geht eben dann auch mit neuen und herausfordernden Situationen positiv und mutvoll um. Und jedes Mal, wenn wir uns eben so einer Situation stellen und sie bewältigen, dann stärkt das wieder, das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und so kommen wir mit der Zeit in eine totale Positivspirale. Und der Glaube an uns selbst wächst und wächst und wächst und wächst. Und der Glaube daran, dass wir unser Leben in der Hand haben und auch die Fähigkeit haben, unser Leben zu steuern, ungeachtet der Umstände, wächst und wächst und wächst. Wir steigern und erhöhen also den Glauben an uns selbst und das Vertrauen in uns selbst. Letztendlich bestimmen wir dadurch, was wir über uns selbst denken. Und das entscheidet ja wieder, wie wir handeln. Denn so wie wir über uns selbst denken, bringt uns ja dazu, gewisse Entscheidungen zu treffen und auf eine gewisse Art und Weise zu handeln. Und auch die Entscheidung zu treffen, vielleicht, boah, ich habe ja zwar keine Ahnung, wie das geht, ich habe das noch nie gemacht und ich war noch nie in so einer Situation, aber ich probiere das jetzt mal. Ich gehe mal Schritt für Schritt für Schritt, denn ich schaffe das schon. Und diese Entscheidung oder dieses Denken fördert dann eben, dass wir handeln, dass wir in eine aktive Rolle kommen und dass wir wieder auf den Fahrersitz rüberrutschen und das Lenkrad in die Hände nehmen und anfangen zu steuern. Und die gute Nachricht ist, dass Selbstwirksamkeit, also dieser Glaube an uns selbst, in jedem Menschen angelegt ist. Also jeder von uns hat die Veranlagung dazu. In mir ist Selbstwirksamkeit angelegt, in dir, in jedem anderen Menschen. Aber angelegt heißt noch lange nicht ausgeprägt. Zum Glück können wir sie aber ausprägen und fördern und wachsen lassen. Und das können wir durch folgende vier Schritte. Nummer eins ist die eigene Erfahrung. Und die hat auch den größten Einfluss auf die Entwicklung unserer Selbstwirksamkeit. Also wirklich die eigene persönliche Erfahrung, eine Herausforderung gemeistert zu haben. Uns eben eine Herausforderung zu stellen. Und das muss aber nicht mit wehenden Fahnen sein, sondern es kann in kleinen Schritten sein. Also frag dich immer, was ist der nächste kleine Schritt, den ich gehen kann? Was kann ich heute tun, um in meine Selbstwirksamkeit zu kommen? Auf die aktuelle Situation, in der wir uns alle befinden. Also Corona könnte das zum Beispiel sein, dass du deinen Tag strukturierst, dass du wieder eine Struktur durch Rituale in deinen Tag bringst. Denn viele von uns haben jetzt das Gefühl, ich habe überhaupt nicht mehr eine Struktur in meinem Tag. Wie kannst du wieder eine Struktur in deinen Tag bringen? Und wenn es nur die Kaffeepause ist um 15 Uhr. Oder wenn es der Spaziergang an der frischen Luft ist für eine halbe Stunde. Oder wenn du sagst, okay, es gibt gewisse Zeiten, in denen weiß ich, da bin ich produktiv oder da habe ich Ruhe, da kann ich arbeiten. Dann nutze ich eben diese ein, zwei Stunden, um mich zu fokussieren. Also wirklich zu spüren, hey, trotz dieser Pandemie gibt es Dinge, die ich selbst bestimmen kann. Und Rituale, die ich erschaffen kann, die ich kreieren kann, die mich fühlen lassen, hey, ich sitze hier am Steuer. Und die eben auch gut für mein seelisches und geistiges Wohl sind. Schritt Nummer zwei ist die Beobachtung. Unser Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten steigert sich auch, indem wir anderen Menschen dabei zugucken, wie die herausfordernde Situationen oder Aufgaben meistern. Also wenn wir am Modell lernen, wenn wir sehen, oh, jemand anders hat die Fähigkeit, das zu meistern, und diese Person ist auch ein Mensch und ich bin auch ein Mensch, dann stärkt das eben das Vertrauen, dass wir das auch können. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch ein Umfeld von Menschen schaffen, die eben auch dieses Bewusstsein haben, zu sagen, hey, ich kann was ausrichten in meinem Leben. Ich weiß nicht immer weiter, aber Schritt für Schritt für Schritt nähere ich mich dem Ganzen und bewege mich nach vorne und komme wieder in die Verantwortung für mein Leben. Ich stelle mich dem. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Und mit all den unterschiedlichen Menschen, mit denen ich zum Beispiel zusammenarbeiten durfte und auch all die unterschiedlichen Lehrer, von denen ich lernen durfte, alle haben mir eins gezeigt. Jeder kann oder sogar muss sein Leben selbst in die Hand nehmen. Und dazu gehört eben auch in erster Linie, sich mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen und nicht immer direkt zu sagen, okay, ich kann hier eh nichts machen, weißt du, oder die anderen sind schuld, sondern uns wirklich mit uns selbst auseinanderzusetzen und auch unsere Schattenseiten anzuschauen. Denn ansonsten sind unsere Entscheidungen, die wir im Leben treffen, nämlich immer geleitet eben von diesen unaufgelösten Themen, die wir mit uns rumschleppen. Und es ist eben wahnsinnig hilfreich, uns mit Menschen zu umgeben, die sich eben auch ihrer Verantwortung für sich selbst und für ihr Leben stellen. Und wenn wir sehen, okay, hey, die machen das auch, mit denen kann ich mich auch darüber austauschen. Wir können uns natürlich auch Hilfe dafür holen, ist überhaupt kein Problem. Aber eben zu sehen, hey, das geht. Und das ist sehr inspirierend und sehr empowernd. Ich zum Beispiel ziehe sehr viel Kraft aus meinem Umfeld. Also sehr viel Selbstwirksamkeit. Schritt Nummer drei, Ermutigung und Zuspruch. Zuspruch von anderen im Sinne von, hey, du schaffst das. Das stärkt auch das Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Ja, wenn jemand dir sagt, hey, ich glaube an dich, du kannst das, dann stärkt das deine Selbstwirksamkeit. Wichtig dabei ist aber, dass eben dieses, hey, ich glaube an dich, hey, ich weiß, du schaffst das, von Menschen kommt, die du auch als glaubwürdig einschätzt. Ja, Menschen, denen du vertraust und wo du auch weißt, hey, die können die Situation auch einschätzen. Und uns von diesen Menschen Feedback zu holen, ist wahnsinnig hilfreich. Ein persönliches Beispiel, dadurch, dass ich ziemlich früh Mama geworden bin, habe ich von Anfang an studiert und gearbeitet mit meinem Sohn. Und es gab Tage, da hatte ich einfach ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und habe gedacht, ich bin keine gute Mutter oder ich habe zu wenig Zeit für ihn. Und dann habe ich eine meiner engsten Freundinnen angerufen, die eben auch mich als Mutter und meinen Sohn als Sohn in unserem Alltag oft erlebt hat. Und der wir beide einfach auch total am Herzen liegen. Und ich wusste einfach, wenn ich der eine Frage stelle, dann bekomme ich auch eine ehrliche und qualifizierte Antwort. Und wenn sie dann in so verzweifelten Momenten, die ich hatte, in denen ich einfach ein schlechtes Gewissen hatte, wenn sie dann zu mir gesagt hat, hey, du musst dir keine Vorwürfe machen, du bist eine tolle Mutter, du verbringst jede freie Minute mit deinem Sohn. Der steht immer an erster Stelle und du lächelst ihn immer an und zeigst ihm, dass du dich über ihn freust und dass er geliebt ist. Und er ist ein glückliches Kind, das ganz viel lacht und mit einem großen Vertrauen durch die Welt geht, ob das jetzt im Kindergarten ist oder wie er auf andere Menschen zugeht. Weil er eben dieses Urvertrauen hat, dass du ihm geschenkt hast, also dass du ihm zeigst, du bist hier sicher. Und genau durch diese Worte habe ich dann wiederum das Vertrauen in mich selbst wiedergefunden. Aber um dieses Vertrauen wiederzubekommen, brauchte ich den Beweis. Und an schlechten Tagen konnte ich mir den Beweis nicht selber geben. und wir müssen aber diese Beweise, diese Indizien schaffen und das geht manchmal eben besser durch die Augen von anderen Menschen als durch unsere eigenen Augen. Denn die Linse der anderen ist manchmal klarer als unsere eigene. Deshalb, ja, hol dir Feedback von Menschen, die für dich glaubwürdig sind. Das ist wahnsinnig wertvoll. Und wir kommen schon zu Schritt Nummer vier, um unsere Selbstwirksamkeit zu stärken. Und das sind unsere körperlichen und emotionalen Empfindungen. Positive Gefühle, die treiben uns an und fördern unser Vertrauen in uns und in unsere Selbstwirksamkeit. Negative Gefühle, die schränken uns ein, die hemmen uns und wir bekommen das Gefühl oder die Gedanken, hey, ich kann die Aufgabe nicht meistern. Und genau das Gleiche gilt auch für körperliche Empfindungen. Positive Körpersignale, wie zum Beispiel ein ruhiger Atem, bestärkt unser Vertrauen. Herzrasen oder ein flacher Atem hingegen schränken den Glauben an uns ein. Wir werden dann nervös. Was können wir jetzt tun? Wenn du merkst, hey, mein Körper, der dreht gerade durch oder der macht zu oder ich zitter oder habe das Gefühl, es geht nichts mehr dann nimm ein paar tiefe und feste Atemzüge. Atme tief ein und vollständig wieder aus. Und das ein paar Mal. Denn allein dadurch senkt sich deine Pulsfrequenz, die Sympathikus-Aktivität, die eben immer für Anspannung und Fight or Fly zuständig ist, die vermindert sich und dein Körpergefühl, also auf rein physischer Ebene, verändert sich komplett. Du kannst dafür auch deine Füße auf dem Boden spüren, deine Beine spüren, also wirklich in deinen Körper kommen, dich wieder erden, spüren, wie der Brustkorb sich mit der Einatmung hebt, mit der Ausatmung senkt und wieder ganz klar in deinen physischen Körper kommen und verankern. Und dadurch, dass sich dann dein Körpergefühl verändert ins Positive, werden sich auch deine emotionalen Empfindungen verändern. und was dann noch hilft, ist, dir auch klarzumachen, egal, was jetzt hier gerade passiert und auch ganz egal, dass was noch passieren wird, auch wenn ich jetzt gleich was ausprobiere und das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder ich schaffe das nicht, das ändert nichts daran, dass ich wertvoll bin. Ich bin größer als eine einzelne Erfahrung. Mein Leben wird dadurch nicht definiert. Also uns wirklich zu sagen, relax, relax. Du machst hier gerade nur eine Erfahrung. Dein Leben ist viel, viel größer. Und diese Gedanken, die beruhigen dann deine Emotionen und deine emotionalen Empfindungen. Das waren jetzt die vier Schritte, mit denen du den Glauben an dich stärken kannst, deine Selbstwirksamkeit stärken kannst und vermehren kannst, wachsen lassen kannst, anwachsen lassen kannst. Und ich würde die Folge gerne mit ausgeliehenen Worten abschließen, und zwar Worte von Mahatma Gandhi. Und er sagt, wenn wir an unsere Stärken glauben, werden wir erfahren, dass wir täglich stärker werden. Wenn wir an unsere Stärken glauben, werden wir erfahren, dass wir täglich stärker werden. Also Gandhi hat Selbstwirksamkeit schon beschrieben, bevor es die Definition überhaupt gab. Und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Danke, dass du zugehört hast über eine Bewertung, einen Kommentar auf Apple Podcast. Würde ich mich total freuen. Würde es mir einen großen Gefallen tun. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. so sicherlich kunstig, olden Tag. Und dann wünsche es darauf, dass du jetzt adminst Commissioner cnussently bestät willst. Als捡st diese Zukunft. Das Ganze stelle ich mich.